meine damen und herren hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge in snow zusammen mit dem philipp einen wunderschönen so wir sehen wieder zurück in der game unsere letzte mission war wacht um suchen da fahr ich jetzt immer mal weiter hinter noch und ich hoffe mal du ja ich weiß wo ich muss okay jetzt links runter oder jetzt nur ich bin fast auf der seite ich war ganz weit oben ja mach ich gerade hier wird es auch ein bisschen schräg da kommt ein baum oh gott es war nur mein hängerle das fügt dir keinen schaden nein war nicht war auch nur das hängerle bin ich eigentlich jetzt wieder vor allem ich weiß nicht mal wo ich hingehe ich bin voll weggerutscht das hat man nicht mehr gesehen oh federung wird sie mit alter dieses hängerlein das wird sie auch bedanken wir können die alle nee können ich nicht mal die straße hier sagen ich muss überall stehne Flo warte mal du musst stehen bleiben du musst stehen bleiben wo du stehen bleiben ja da müssen wir fahren ja gleich irgendwo rein dann auch nö nicht da rechts hoch wieder mhm mhm der ist da oben ach nö bin wir halt echt es lag bei mir uja ja ja hab ich doch gesagt ich hab's schüttler mit vorher auszusehen oder so ich lass mir hängerle wieder hier ich lass mir hängerle wieder hier unten stehen so ja ich auch aber ich muss dann erstmal hoch ja ja also wird´s jetzt hier Tag oder Nacht weil ich glaube es wird Tag weil letztens Folge war noch ohlale war Nacht halb da stet ich meine noch? ja ja deine steht noch aber meine ist grad einfach wirklich es runtergekommen nein 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 nicht mehr Meiner wollte schon Felsen besteigen und hat es auch geschafft. Es ist ja da hinten ein Haus. Da gibt es schon einen Auftrag. Ah, hier liegt ein Weg längs. Ich fahr mal den Weg nach. Ich weiß nicht wo es hingeht, aber ich fahr mal nach. Da geht es hoch. Mhm. Ah, ich sehe es da rechts. Nein, links. Ah, ich habe leider das Bäumchen mitgenommen. Start in meinen Weg. Okay, hier wird schräg. Da brauchst du nicht allzu schnell längs schießen. Jawoll! Nächster, äh, vorletster oder Wachtturm? Ja, vorletster. Oh ja, oh, Upgrade. Das ist eben auch immer ganz geil. So, jetzt sehen wir das hier hinten auch. Oh, das ist auch richtig schön hier. Oh. Da gibt es ein Upgrade. Das liegt auf unserer... Warte mal, öffne mal kurz die Karte. Wir sind jetzt hier oben. Wenn wir jetzt da rechts runter gehen, da wo dieser Weg läuft, längst läuft. Bei Portalen nach Grainwood River. Der Weg, was da längst geht. Ja. Da hinten, da kommt er dann verlorene Teile und da kommt ein Upgrade. Das liegt doch alles auf unserem Weg, oder? Zum nächsten Wachtturm. Wenn wir da hinten rumfahren. Weil das sind zwei Upgrades. Und Upgrades, wer jetzt nicht weiß. Ähm, das sind halt entweder ein neuer Motor, bessere Federung oder sowas. Stimmt, das sind zwei Upgrades. Äh, der Porte-Philippe hat was richtiges... Spannendes rausgefunden. Sag einmal, was ist das? Mit N-Tag kann man den Hänger anhängen, ohne dass man ins V-Menü muss. Oh mein Gott. Ist das hier noch richtig? Ich glaube, wir sind falsch. Wir haben ja gerade gedacht, wir sind doch hier nicht mehr richtig. Das kam mir unbekannt vor. Es war nicht verfahren. Es waren da auch gar nicht... Wo sind wir überhaupt? Ah, wir müssen ein bisschen zurück. Wir sind zu weit gefahren. Ah, ich sehe die Spur, wo wir längst müssen, glaube ich. Wir sind doch irgendwie quer wieder eingefahren. Oh, oh, oh... Oh. Oh. Oh... Oh. Oh. Das ist schwer. Ah, hier gingen wir mal noch. Oh, hier ging es dann noch. Ich würde entspannen, ich fahre, aber das hitrunken, weil das Knallgas runter, ne? Sie müssten nicht gut... Wobei, du könntest das noch ganz gut überleben, aber meine Federung ist... Oh, okay, ich bin auf Lynnart gestand! ...Jun, ich habe's gesehen, wie du gehüpft bist! Oh, weil... Also, stand dran, dass man das kann, habe ich irgendwo auch gefunden. Irgendwie... Ich versuch's mal. Wenn ich meinen Anhänger irgendwie krieg. Nochmal vor. Hä? Wollt er aus? Geht doch nicht so schnell. Nö, geht auf einmal nimmer. Why? Ah, du musst V drücken und dann mit Enter kannst du ankuppeln. Aber ansonsten geht's nicht. Ah, das kann sein. Aber du musst halt dann nicht auf Anhänger ankuppeln drücken unbedingt. Okay, so warte, können wir über die Brücke drüber? Ja, können wir und dann da rechts runter. Jo, das passt. Warte, rechts runter? Oder geht drauf? Boah, alter Flo. Geht's denn nicht runter? Wenn jetzt ein Auto kommt oder ein LKW, dann haben wir reingeschissen. So, hier geht's links. Hier ging's links runter. So, warte ich vorhin geguckt. Oh, jetzt wird wieder Hänger. Ja, mein Hänger ist und dann umgehen ein Stück. Oh. Äh, dann hier wieder die... Wenn so ne richtige Wühlmaus. Sind wir, müssen wir links? Ich fahr mal links. War das gut? Häng fest. Ah, ist auch richtig. Und wieder das Steinchen. Oh Gott. Ich seh nichts bei dir, ne? Da ist ein Hänger auf dem Fluch. Dein Hänger ist auf 60 zu gelassen. Echt jetzt? Ja. Wo steht denn das? Hier. Bei mir steht auch nichts. Hm, egal. Ah, da geht die Brücke drüber. Wunderbar. Wenn auch nicht die Beste. Boah, das ist das erste Mal, dass so ein richtiger Fluss ist. Stimmt. Schuss gerade wieder... Uuuuuh. Alter. Ungünstig, sagst du? Äh. Warten sie. Ich mach Backup. Warte, ich häng meinen Hänger. Hast du schon meinen Hänger? Ja, ich hab deinen Hänger. Warte, dann flutscht der auch weg. Ich hab... Warte, der herrscht der denn wirklich. Ja. Boah. Alter, bin oben. Okay. Heieieiei. So. Warum hier? Da vorne gibt's ne Mission, aber wir müssen zu diesem... Stein... Fahr voraus. Ja, warte, warte, warte. Gehen wir uns ne... Da müssen wir hoch. Okay. Wir müssen dahinter. Ich häng mal... So. Tut mir leid um den guten Zaun, aber der muss da außerdem mal kurz weg. Weil ich muss da hinten hoch. Ich fahre dir nach. Mhm. Vielleicht... Oh Gott, Alter. Eben, halt sich drin und dann Knallgas. Weiß nicht, ob ich... Ich bin der Verbrauchte. Alter, ich hab's gehört. Dieses Glas scheppern. Oh. Mit wie viel Kammer bist du gegen? Mit ein paar. Oh Gott. Eieiei, hier müssen wir hoch. Eieiei. Nur noch ein Stück und da sind wir dran. Hallo. Ja. Aktivierbare Allrader. Hm, ja. Hat es. Ja. Du willst jetzt gleich hin? Ja. Ich muss erstmal hier wieder gucken, dass ich lebend runter komm. Mann. Was war das denn mit dem Motor? Da bin ich vorhin auch voll dich gegen Donner. Ach da. Ah. Hi. Kommst du da hin? Das hat vor Nachteile höher zu sein. Hä? Da kommen sie mit hier. Das wird doch nicht so schwer sehen. Da seh ich mich ja vorne. Ich weiß. Da müsste ich rumkugeln. Aha. Siehste. Bedacht. Ich muss mich mal kurz reparieren. Oh mein Motor ist halb kaputt. Hm. Ähm. Bergen. Motor abstellen. Rapparieren. Da. Oh Scheiße. Ich hab nix mehr zum reparieren bei. Jetzt muss ich erobacht geben. Hm. Ich auch nicht mehr. Ich hab mein Motor nicht mehr reparieren können. Ganz. Ich bin gegen warm gedonnert. Wobei ich hab hinten noch was drin. Ich hab zwei Fatsräder bei. Aber nix. Da war ein Zaun. Reparieren. Also es war ein Zaun wohlgemerkt. So warte ich mal. Ich markiere uns mal den Weg zum nächsten Dingens. Erst im Schlau. Dann da. Dann irgendwie da rüber. Oder wobei. Na so. 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 Und dann da rein. So. Hab markiert. Also muss ich mal bloß nachfahren. So. 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 Ohua. All caso. So. Oh. So. vermischt Naja und es bleibt sich ohne ohne müssen er okay es geht nur müssen kurz und den reißenden Fluss Junge und Schalz rückgeflogen die funktionierende so wenn sie dort hat der gleiche Fluss aber gerade drüben fahren Nene ist ein anderer der von vorhin ist hinter uns eha die Sperrerin ich bin mit einem Rad in der Luft ich muss mich hier rauf schauen ich komm voran warte wenn ich draußen bin die Sperre regelt ich bin halt auf den Steinen das ist doch nicht so optimal du kannst dich nicht einhängen ich hängs gar noch am Stein aber du kannst dich einhängen ey versuch ja einhängen bringt mir noch nicht viel weil ich klebe gerade an deinem Hänger da dran das meinte ich das meinte ich mach mal Diff hast du Diff Sperre? ne Diff Sperren hab ich nicht aber alter ich hab Diff Sperren im Low Modus jetzt kannst ich dich einhängen bin draußen ich werd nicht überwählen müssen ich werd nicht überwählen müssen ja ich schon rechts rüber jetzt boah oh nö im Innenraum ist Wasser ich war halt mit der rechten Seite weil ich hab bis zu den Felschen oben im Wasser holz ich seh es grad ich seh es grad das ist ein echter Nachteil wenn man höher ist das ist nicht einfach ich bin schön flach so steht auch flach einfach was ist? nix ok alles gut jetzt häng ich an sich voll stark ich halt auch mal hoch ey man 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 b ohne Wüsche wie das Steinchen haupt ich hab hier so ne Bullbar und die bringt halt Null ich weiß gar nicht ob sie was bringen oder ob sie einfach nur Diff ich glaub nicht weil ich der Kolle verbeugt da wollen sie sich auch nicht besser und ich hab vorher nicht mal mehr Licht schwierig ich hau nicht aber beide Lichter ging komischerweise noch boah er ist voller Bars nix der Hänger liegt auf der Seite bei Städte und alle ist nur das Hänger das sind ein Nrl ich habe auch er dackelt nix erweiter schlampfütze ja auch in den Ort Ich bin schon komplett bei mir hinten drauf, ne? Ich schieb! Ja, ich komm ran, ich will mich voran. Warte mal. Verschaust du drum? Du musst ja vorne irgendwo einhängen, ne? Boah, alter! Geht voran, oder? Geht voran, aber es ist scheiße schief. Ja, gut. Ich bin natürlich für dich keine so ganz gute Option. Oh, alter! Minimal rutschig hier auch. Ja, ich bin durch. Ich bin vorne in der Luft. Oh. Wir sind halt gleichzeitig wieder durchgekommen. Ich bin jetzt so dumm, du... oh. Kommst du da weg? Ich bin länger gestrückt. Komm! Alter! Warte, ich schieb den kleinen Weg rein. Kann sein, dass du auf irgendeinem Baumstumpf drauf bist. Hier sind nämlich welche. Ne, ne, ich hab hier einen Stein. Wunderbar. Wunderbar. Beim Stumpfen. Ne. Mach dir mal einen Weg raus, ne? Wird schon reichen, wenn du mich ziehen würdest, weil ich hier am Stein hänge. Ja, warten sie. Dann muss ich nur mal drehen. Ach ne, jetzt fängt es ja auch an zu regnen. Aber wie schnell halt auch. Ne, ne, ne. Kommst du? Ah, hast du geschafft. Hauptsache den Baum nehm ich mit, aber das scheiß Gestrüpp nicht, oder? Wow. Au. Wurscht mir mit deinem Hänger Schaden gehen. Zu mir neu, dass das geht. Es kam ein Update. Oh, ich bin über Baumstift drüber. Vielleicht lag's auch an dem, hm. Ne. Zum Schluss erst. Also. Oh, aufpasst. Du hast nichts mehr zu reparieren. Ja, ja. Also wir finden irgendwo ein Werkstattanhänger. Was zwar gar nicht so schlecht wäre, aber... Und ne, jetzt liegt die BMW Birke mitten auf dem Weg. Ne, ist gar keine Birke. Wir sind, oh Gott. Ähm. Ja. Kann ich. Genau. Irgendwo. Irgendwo. Was machst du da? Ich hab so das Gefühl, ich häng ein bisschen. Ja, ja, ja. Ich bin drüber. Hm. Okay, der Hänger. Der Hänger ist zugeleid, Hänger, aber du musst leider hier bleiben. Warte, nein. Ich schieb an. Ne, der geht auch da nicht drüber. Der hängt da fest. Du mach das dann mit ein Ding ins. Mit Seilwinde. Seilwinde regelt. So. Wo müssen wir denn dafür gut lenken? Ja, da ist, der kommt nen Baum. Ich zieh halt dir den Goblin Baum mit. Ja, komm, ja, ja. Jawoll. Ui! Ne, hab ich was. Ich weiß es nicht. Warte. Ich zieh grad meinen Hänger daher. Ich weiß nicht, ob ich da jemals wieder raufkomme. So. Kann ich anhängen? Derge kann ich nicht. So. Er hängt wieder. Kann weiter gehen. Oh, du hast die Vögel aufgeschrickt. Oh nö. Warte mal, wo ging's... Ah, jetzt bin ich da links hinter. Ich hab ne Burschen voll drin. Oh nö. Oh jaja. Busch jetzt ist er verschwunden wir müssen da hinten hoch und komme ich dahin wo ich hin will weil wir müssen dort bald doch hei ei ei ja sonst müssen wir uns so ein Matsch durchkämpfen ja okay bald ist ein oh Gott wenn du nicht alles zu dir direkt nachhören ne hier kommt man nicht du zurück manche Buschen wenn sie auch echt nur klein sind sie sind echt hart meint man gar nicht jetzt hier links rum ja ich seh halt nix wo bist du lang ich seh warte mal ganz kurz ich brauch dich ja also ich bin hier hinten ich bin eigentlich orange du hast mich eigentlich nicht übersehen ja da hinten tue ich stehe genau und jetzt links hinter ah da lang doch da bin ich ah da jetzt geht dahinten ist das Upgrade Teil des Dinges hab schon in der Ecke was war es denn Feilchen überwirkbar uh okay und Getriebe gut au maaaann muss ich wieder an der Schuhe umdrehen hier irgendwie genau ich bin es gibt ... ... aber ich bitte groß ... ... ... ... ... ... ... mehr oder der drückte auch nicht um es ist um mich auch echt echt lange dagegen fahren immer wieder anreißen mit dem herr und anordnen alle das wasser das mit wenn die glaube ich verscht neben mir wenn sie mitnehmen das ding ist aber müssen es dann gleich kurz halten weil ich habe keinen weitem Weg weiter markiert oder willst du wieder Nene fahrt unruhig okay also auch warte ich guck auf und währenddessen markiert die linke luft habt sich wieder vertrete ich habe meinen Weg markiert warte mal wir müssen hier rauf hier hin und dann da und dann guck mal weiter ich habe an meinem Auto ausgemacht kann weitergehen hat sich richtig gelohnt bis in der 10 aber geradeaus weiter ich weiß hier links lang so die hauptmission ist immer wieder aus dem Wald rauszukommen da draußen au da hinten bist du noch bist du noch links auf die straße rauf wo ist denn die straße ich habe sie verloren du bist auch gerade auf die zugefahren hat A DORNA alter ne Junge ne 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 du musst doch hier links sind da scheiße ich hab kein tank mehr ja schon tag hinten dran nachtank wo muss ich jetzt hier lang links also wenn ich auf der straße bist dann links und die aus gesehen ich muss gerade ich muss genau andersrum besser nur nicht kommentar lang ach da hinten ist durch die jungen schluss da aus und wobei dann können wir auch hinkommen probieren sie einmal aus ich kenne mich hier noch Matsch bist du bist bleib mal stehen Junge ich stehe ich habe den Mund ausmacht ich trinke was ich wei also voll lief ich dich fähig ich bin hier noch Matsch scheiße die hoch wenn ich mir hier auch mal nachtanken so nebenbei ich habe einfach einen Motorschaden kassiert weil mir Tank leer war haja mei haja jetzt will der hier vorbeifeln müssen wir da gerade das weiter ich weiß auch nicht wo es lang geht ich dachte dass ich den Weg macht und müssen in der Nacht jetzt in dem Ende der Meno wir sind wir komplett falsch wenn wir hier vorhin ne 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 wir können das schon wir können das schon runter ja aber wir kommen halt an ihn irgendwo nirgendwo wir müssen ja eigentlich da hinten hoch ich glaube wir hätten da vorne links gemusst also hier links das heißt dahinter ich dreh mal um weil hier sieht es auf jeden Fall nicht so aus als ob wir hier irgendwo längs kommen würden beziehungsweise an unsere richtige Stelle wo wir hin wollen Flo warte mal ich weiß es jetzt wenn wir hier da wo ich jetzt stehe da rauf fahren da geht ein kleiner Weg hinter ja aber nicht weiden und stück ja aber bei wir können es auch gleich mal ausprobieren und er geht halt bis zur Hilfe für den Farmer ja wir sind wir sind ja wir entdecken ja wollen wir entdecken und ausprobieren das heißt fahren wir einfach mal da links dann geht es jetzt entweder links oder rechts ok weiter noch geradeaus ok weiter noch geradeaus alter Weg ist nicht viel befahren so wie es hier aussieht mal erkennt ihr kaum ne Spur ich war der nach ich war der nach ich war der nach wo hier ist nur nur und da war meine Anhänger ja ja ich kann doch hin das wird es doch er braucht bremsch ok man soll auf jeden Fall nicht hier reinfahren also wir müssen jetzt geradeaus weiter ich weiß nicht wo wir längs müssen doch doch ich schon ok du musst jetzt geradeaus weiter ich fahre einen kleinen Umweg der letzte ob er verbarzt ist m wenn du nun fahren über hohen fahren zu den b wohnen sollte ich noch mal auf Karte gucken du musst einfach geradeaus und dann links äh rechts ah ja einfach dann längs ok ah ich sehe dich dahin hui oh alter halt mal halt jetzt das weiß ich auch nicht wir müssen hier wieder rein echt jetzt sag ich dich so gern aber wenn wir zum Punkt wollen wird möchte ich wieder rein okay ich frage nun du 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 dann Komme. I'm coming to you. So, links runter hier. Ah, super. Jetzt kommen wir hier nicht mehr. Nein, hier ist ein Punkt. Steh wieder. Ja, und nicht ganz. Jetzt komm ich nicht mehr. Alter, wir müssen verarschen. Junge. Nein, 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 nein. Alter, siehst du mich hier hängen? Ja, Alter. Ungünstige Situation, würde ich mal sagen. Ja, das sind große Bomben, das heißt, da kann ich mich rausziehen. Ich frage mich, wieso ich an meinem Auto-Anhängerchen selber wieder dran habe, aber egal. Uuuuuh. Uuuuuh. Uuuuh. Ja, ich bin wieder draußen. Wuuuh. Das ist Steiner und ein Pils. Hei, hei, du. so die Schuhe und so ein bisschen gebraucht berg oben ich weiß nicht wie wir bekommen ja da noch so was so wollen wir uns weiter und passiert jetzt weg geht der aber für eine Felsen ja schön Goldberg sind kann man nicht gebrauchen Das ist nicht so optimal Oh, nicht der Le... Ah, das ist ein Engelchen Eieiei Oh Gott Ich lege ja Koffeln auf Koffeln Pfff Nein! Nein! Das ist Gestrüpp Hä, kannst du dich am Gestrüpp hochziehen, ja Oder am Baum Ich schlepp dich grad her, oder? Nee, kann ich nicht Oh, nee, warte, ich dreh kurz, warte Komm da drüben wieder hoch Oh, du hast einen Baum jetzt gefunden Nee, noch nicht Das ist ein Text Oh Gott Oh Gott Eieieiei Bist du schwer Ich lege halt über 90 Grad Ja Jetzt seh ich's Ja Jawohl, ich bin's einfach Ich überschl- Du überschlägst dich halt jedes Mal, aber du stehst danach wieder Die Hauptsache Hey Halt, ich steh ja tot, denn Werd ich hier reingekommen Junge geht's hier runter, Alter, was sind wir denn hier? Aber ich soll ja doch Eirad einschalten Wär gar nicht so schlecht Eirad Ja, dann fahren wir mal da längs Das wird Aber scheiße, stimmt Aber scheiße, stimmt Ich nutze so gut Wir sind irgendwie ein bisschen falsch Ja, zum Schluss hätten wir da vorher Flo, wir hätten so einen schönen Weg gehabt, wenn wir jetzt dann da vorne Ja Wieder zurückgefahren wären Und dann über so ne Brücke Habs gesehen Und dann hier so lang Und es fängt wieder regnen an Sind irgendwo Sind irgend Irgend So, geht es hier geradeaus weiter? Ja Es läuft doch, ach da oben Es fängt halt auch noch an zu regnen Für den Felsen werden wir mit dem anderen Weg hinkommen Es fängt halt auch noch an zu regnen Ja Ooooooh 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 Ob wir oben Ooooooh Ooooooh Und ich habe die Töne ein bisschen lauter geschlecht Von dem Fahrzeugen nehmen wir mal ein bisschen besser hören Weil ich war nicht gefühlt ein bisschen leise Ich schaffe mich auf zwei Reifen hoch Oh, jetzt geht es Also sind wir da auf mehr oder weniger öffentlichen Weg, glaub ich Keine Ahnung Hier ist auch irgendeine Hütte Kann ich auch noch gucken? Oh Du hast gestanden und schön umgeschlecht Ja Ich habe es gesehen Oh, da läuft so ein Bächlein rund an den Fluss links Äh 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 an Bergen Da läuft so ein Bächlein rund an den Fluss links Ja Alles gut So warte mal, ich glaube ich würde mal sagen wir fahren auf die Hauptstraße Die läuft so Die läuft so Da Geradeaus weiter Ah Aber der füttert voll ins Moor Äh anderen Weg haben wir nicht So wir fahren damit hoch und dann wenn es ist dann müssen wir halt entweder wieder zurück auf die Strecke Ich habe Differential, ich habe damit kein Problem Hm Ich weiß ja nicht so recht Ob das so gut klappt Ich bin mir auf, guck ich auf, das ist halt Ja Das andere Kann ich dann nicht gehen Ich bin da nie im dritten Gang hoch, ne? Wo dann erst du jetzt rein? Hier links hoch, da ist dann die Straße wieder Weil ich weiß nicht, wenn man geradeaus weiterfahren, ob man da auf den Weg hochkommt Ich schieb dich an, ne? Ich häng am Arsch Ich häng am Arsch Das ist Bäumchen Tschüss Bäumchen Eieiei Ah hier läuft dieser Gebirgsfluss 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 Gebirgsfläche links Flo Du Sto Ja Flo Ja Jetzt soll mein Problem Du musst dir tanken, ne Hängst du fest Oder was gibt's für ein Problem? Hey, ich komme hier nicht raus Den raus Okay Okay Dann ist gut Der Donner Ooooo Der Donnerfelder gab Der Fluss ganz schön runter, du Ja, ich weiß Dein Hänger, alter Hm Das war auch mal den Weg gelängen, sie weiß nicht, ob es richtig war, aber egal Da ist nochmal so ein Gebirgsfluss Pech, nein Huch Dreh ihn in die Hunde auch Hm Oh 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 Eieiei Oh Gott Oh, alter Junge, 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 wenn wir das überlebt haben, unter mich Ich hab ehrlich mal Schaden kassiert, hab ich ja den Sau schief Oh, ich seh's Jetzt werde ich's rutschen anfangen und auf einmal Stock, dann ist vorbei Ja Dann hast du glaube ich total schön, wenn du da unten ankommst So Kann man abbrechen Ist vorbei Es läuft hier noch einen Weg längs Warte mal hier rum Ich weiß nicht, ob es uns zum Verhängnis wird oder nicht Probier, geh dir über studieren Mhm Ich schare mich bergab, ist das normal? Ja, ja Ganz normal Ui Ui Oh Oh, da ist ein LKW drin, da sind zwei LKWs drin Geil Entweder ist das jetzt eine Mission oder wir können die da rausziehen und die gehören uns, das wäre natürlich auch nice Eieiei Ich bin an dir vorbeigezogen, ne? Ja, ich häng wieder auf einem Stein fest Häng dich ein? Häng dich ein? Ich bin an einer schlechten Nachricht Hm Es ist ein Weg, aber hier ist ein Moor Weg Oh, nö, das heißt, wir müssen da tun Ah, ein Däumchen färm, träum ich dir den Kost, aber kein Sinn Und den roten Knopf drauf, den Fall hat er nicht getan Glock aktivieren, damit er nichts mehr verpasst und das war von mir Dann sehen wir uns schon bei, zu einer weiteren Folge hier in Snowowner Und bis dahin, macht es gut, haltet rein und ciao, ciao Ciao